Was ist das, was unsere Haut, egal welchen Hautzustand wir auch gerade besitzen, am meisten und immer braucht, ist die Feuchtigkeit. Und zwar unsere ganze Haut, also nicht nur im Gesicht, sondern auch am ganzen Körper. Und da haben wir natürlich einen großen Vorteil, denn bei unseren Produkten ist die Forever Aloe Vera, also der Feuchtigkeitsspender schlechthin, immer die Hauptzutat. Und genau, das heißt also, wir haben keine Produkte, die nur mal so eine Aloe Vera Pflanze gestreift haben und auch ein bisschen Aloe Vera enthalten, sondern wir haben reine Aloe Vera Produkte, in denen die Forever Aloe immer als Hauptzutat dient. Stimmt, genau. Das ist das Entscheidende. Und wenn man die Hauptzutat dann mit weiteren wertvollen Inhaltsstoffen verfeinert, wie zum Beispiel Jojoba und Aprikosenöl, dann erhält man ein so perfektes Produkt wie unsere Aloe Moisturizing Lotion mit der Artikel Nummer 63. Also die extra Portion Feuchtigkeit für Gesicht und Körper. Und eben ganz besonders bei einer feuchtigkeitsarmen Haut perfekt geeignet. Oder auch nach Aktivitäten, die der Haut besonders Feuchtigkeit entziehen, sehr sinnvoll. Also ideal nach einem langen Besuch im Schwimmbad oder Aktivitäten wie der Sauna. Aber auch die geeignete Pflege für Kinder und Jugendliche. Da ist es ja perfekt, wenn man ein Allround-Produkt besitzt, das gleichermaßen für Gesicht und Körper geeignet ist. Selbstverständlich kann unsere Moisturizing Lotion auch wieder perfekt kombiniert werden. Zum Beispiel mit unserem First Spay mit der Artikel Nummer 40 zu mischen. Einfach genial. Und im Bereich der Gesichtspflege ist sie als eines unserer Basic-Produkte besonders geschätzt bei Jugendlichen. Deren Haut in dieser Zeit ja manchmal nicht so genau weiß, in welche Richtung sie sich gerade orientieren soll. Hier ist die Kombination mit unserer Celli, Artikel Nummer 61, perfekt. Also zum Beispiel nach der Reinigung, das könnte mit der Soap, Artikel Nummer 38, oder aber auch mit der Avocado Face & Body Soap, mit der Artikel Nummer 284 passieren. Und dann dem First Spray, Artikel Nummer 40, als Gesichtswasser. Dann einfach eine Schicht Jelly auftragen und die Moisturizing Lotion darüber cremen. Das ist perfekt. Das ist ein super Tipp, Bia. Also, fassen wir die Vorurteile der Forever Moisturizing Lotion mit der Artikel Nummer 63 noch einmal zusammen. Sie ist das perfekte All-Round-Talent für Gesicht und Körper. Die perfekte Feuchtigkeitspflege kombiniert mit Jojoba und Aprikosenöl. Sowie Kollagen und Elastin, um die Spannkraft der Haut zu erhalten. Genau. Und der dezente Duft rundet das Pflegen mit der Moisturizing Lotion noch besonders ab. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem tollen Forever-Produkt. Viel Spaß. Das waren noch spannende Informationen, die ihr gerade zu dem gezeigten Produkt erhalten habt. Wer das nochmal nachlesen möchte, der klickt am besten auf www.b-forever.de Hier gibt es nicht nur Informationen zu dem gerade gezeigten Produkt, sondern ihr könnt auf der Seite auch den kompletten Produktkatalog runterladen. Und hier finden wir noch viele, viele nützliche Informationen rund um das Thema Gesundheit, Sport und Fitness. Also, klickt rein. Bis dann. Tschüss, tschüss.